Der Skin Spayer von Charlie aus Coil of Duty Modern Warfare in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Hosen Hose 5'11 Apex in Woodland Schuhe Mehrzweckstiefel in Schwarz Oberteile Hoodie 1 ohne besondere Farbe Masken Schemach in Olive Trap Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.